Moin, ich bin Christian von Hubertus Fieldsports. Ich habe hier von Hart aus der Ural-Serie die Cover-Gesichtsmaske. Eine ultraleichte, ganz dünne, elastische Gesichtsmaske, die ihr im Sommer hervorragend zur Pirsch tragen könnt. Die Maske ist extrem elastisch. Ihr könnt den Kinnteil bis unter die Nase hochziehen, den kompletten Gesichtsbereich damit noch abdecken. So wie ihr seht, ihr könnt das auch, kann ich es auch als Brillenträger hervorragend tragen, das stört überhaupt nicht. Und das Material ist wie bei der ganzen Ural-Serie mit Tanatex behandelt, sodass ihr im Sommer auch am Kopf mit der Maske hervorragend gegen Mücken und gegen Insekten geschützt seid. Die Maske gibt es in einer Einheitsgröße und sie ergänzt hervorragend die komplette Ural-Serie mit der Überziehhose, mit der Überziehjacke, mit dem Funktionsshirt und den Handschuhen. Damit seid ihr hervorragend für die Pirsch im Sommer ausgerüstet oder ausgestattet und könnt euch sehr nah ans Wild heranpirschen.